hallo willkommen zurück bei city skylines weitermachen so starten ja letztes mal hat den kleinen stau hier gesehen und da wollte ich mal gucken woran das liegt die eine kleine straße schon mal weggerissen die wohl ein bisschen gestört hat so die frage wo wollen die denn hier alle hin und ich glaube die straße hier muss ich auch updaten nichts so schönes jetzt zieht man die straße direkt mal komplett durch da muss ich wohl noch ein paar häuser versetzen komm hier weg krass die feuerwache die muss ich auch noch ein paar setzen die können wir mal da ein knallen da haben wir eine residenz so dann sollte ich eigentlich die straße da auch verbessern können was hat denn ach so da fehlt noch ein gebäude na dann sollte ich immer versetzen jetzt machen wir mal da hin so passt das nicht dann da hin wo die post hat wo steht denn da jetzt noch im weg wird denn so eine schule schule mal dahin so kann man die auch noch updaten dann müssen wir die ganzen gebiete hier wieder grün machen aber mit dem dicken stift darüber her dann noch mal eben die ampeln aus raus damit ja ich habe hier noch einen neuen mod installiert irgendwas mit traffic da kann man halt dann draufklicken und dann sehen wo die alle hin wollen zum beispiel hier klickt man einmal an und dann kann man schon direkt die ganzen fahrspuren sehen wo die denn alle hinfahren kann sogar auf ein haus klicken da kann man genau sehen wo sie rumfahren könnte hilfreich sein so stürzt sich das hier wieder warum wegen der straße hier die fahren doch hier eigentlich ganz gut durch was kommt denn hier so alles an die fahren hier rum und hast du hier noch welche die fahren auch da rum und die wollen dann fahren dann hier runter da geht eigentlich auch nur das hier wo wollen die jetzt hin ich verstehe das nicht wieso die hier nicht mehr weiter fahren ich verstehe das nicht wieso die hier nicht mehr weiter fahren ich glaube die straße da reise ich auch wieder ab da geht eh keiner rum so wieso fahren die denn nicht mal hier durch los los gas tausend krankenwagen da rum fahren so wir sind durchfahren hier kommt doch gerade nichts ich wollte euch noch was ausprobiert haben und zwar hier mit diesen ähm wagen da hier hier war das ne cluster weg kies weg weiß nicht ob man auch so Brücken machen kann Ort bereits belegt würde ja funktionieren wenn auch nicht so richtig wenn auch nicht so richtig da ist ein bisschen klein dafür müsste so kleine Brücken bauen können der macht doch aber nicht warum nicht komisch so ein bisschen leerer hier wird schon wieder voller ja was hat der für eine straße was hat der für eine straße so eine einbahnstraße ja das staut sich ja hier irgendwo auch an dem fahrne ich weiß nicht fahren von denen eigentlich noch welche hier rum naja die wollen alle gerade raus ja das ist immer so eine sache mit dem scheiß Staus und hier staut sich da drauf schon ey man und wieso fahren die eigentlich alle hier ab muss man nicht verstehen muss man nicht verstehen Junge 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 ist ja wieder Hauptverkehrszeit oder was ich gehe mal davon aus ob wieder Hauptverkehrszeit ist anders kann ich mir das nicht vorstellen aber ist doch nur das Stück einmal hier so rum da sollte ich ja gucken dass ich die straße irgendwie anders dahin lege weil die fahren wird ausgekommen die ja von hier aber wo wollen die denn jetzt hin und hier staut sich das auch schon was hat denn alles hier wo wollen die denn alle hin fahren die alle nach oben fahren die alle nach oben dann kannst du nämlich besser hingehen und äh noch eine straße nach da oben hin ziehen dann müsste ich da noch so ein kreisteil hin bauen oh da ich mach da einfach eine Heimatstraße von so hier schön mit Wald hier schön mit Wald so jetzt eine Ampel eingesetzt aus aus ja mal sehen ob es da noch Drafen und da rum fahren bis jetzt ja noch nicht bis jetzt ja noch nicht aber immerhin fahren sie ja schon mal zweispurig nur hier nicht ich kriege immer noch keine Waren warum auch immer warum nicht da können aber welche hin die kommen wahrscheinlicherweise da an den Gebäuden nicht ran ähm sieht das auch so mit äh einbahnstraßen und so hallo ach so das ich habe auf jeden Fall keine Einbahnstraßen sollten die eigentlich da hinkommen ich zieh nochmal eine straße hier rüber so hier einmal da durch zack und hier nochmal zurück so dann können wir direkt noch ein paar Gewerbegebiete hin bauen so ist sowieso gerade alles leer bis was gebraucht wird aber wir haben schon 70.000 Einwohner immerhin wenn nicht die Staus hier wären wo wollen die denn alle hin ey das ist ja ich muss die straßen mal updaten da ist auch noch eine doppelte ok so kann ich alles wieder nicht ähh muss ich die Dinger wieder versetzen hier so ampeln weg können da zumindest schon mal mehr weg dann müsste ich hier eigentlich auch noch die ganzen straßen updaten weil äh das hat da nämlich nichts so hier weil hier geht das nicht auch hier auch nicht da fährt eh keiner rum da fährt eh keiner rum so ampeln aus wieso fahren die denn nicht mal hier so durch ist der kreisverkehr zu klein oder was ist der kreisverkehr zu klein oder was hmm sieht zumindest so aus ah die Achterbahn hat ja auch Besuch super super coaster wie viele sind denn da so äh 39 da passen da bestimmt noch ein paar mehr rein da ist 39 ja aber es geht also es ist ja immerhin noch Bewegung drin hier in dem Verkehr ist ja nicht so dass die alle stundenlang irgendwo auf einer Stelle rumstehen es geht ja noch vorwärts und das wird wohl der normale Ansturm sein wenn wir alle zur Arbeit fahren hmm da sieht die straßen nun mal ein bisschen voller ich meine ich habe ja hier schon eine Umgebungsstraße gebaut was auch gut so ist müsste ich nur noch mal ähm noch eine andere dazu bauen eigentlich aber das äh da gucken wir nochmal in der nächsten Folge also was ist das hier? geringer Bodenrichtwert warum das denn? so satt so ne toplage hier ja so sindste ne ja also bis zur nächsten Aufnahme